Moin. Moin. Wir haben ein pinkes Zuschauergeschenk bekommen. Mir ist jetzt aufgeregt. Das steht drauf für Timo, Wilk und Udo. Machst du auf? Wie reißt du das denn auf? Ja, aufreißen. Gucken. Nee, jetzt... Vorsicht, hier kann auch wirklich Porzellan drin sein, oder was? Bist du nicht... Hui. So, jetzt hab ich das mal gesagt. So, jetzt liest du den Brief erstmal vor. Das ist auch wieder so ein langer Brief. Lieber Udo Wilke und Co, fein euch zählt. Hier seht ihr den Brief. Vielen lieben Dank, Tobi. Ja, danke, Tobi. Bessen Dank, Tobi. Ja, so, jetzt kommt das Erste. Hui. Dann kommt ein T-Shirt. Nebel, lese ihm schnell vor. Von Nebeln sein Tut kann er Feuer sein. Lass mal bei der Arbeit, Achtung, hochentzündlich, nicht reizen. Dreh mal um. Das ist ja einer von deinen Sprüngen gewesen. Ja. Monet will sein, Tut auf Feuer sein. Ugo T, großer, vieler Selfie, Professor und Herr geändert. Siehst du, da sieht ein Fan mal, was ich in den Grips hab da oben. Ne, dann kommt deine Aussage wieder. Kommt nix, ne? Weil du dir nichts einfällst, ne? Den Metwurst da raus. Aber, heißt der Tobi? Ja. Tobi, der Brötchen herkannst du. Der Brötchen, der Brötchen. Vielen lieben Dank, Tobi, für das tolle Geschenk. Und den Kloster, da klostern wir uns mit ein rein. Boah, ja, das ist wieder. Boah, ja, ja. Ciao. Ciao.